Die stärksten Geschichten sind die Waren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast. Alles Menschen. Und ich darf jetzt schon versprechen, ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast im Studio. Wir sprechen über einen, finde ich, unglaublich spannenden, kreativen Beruf. Und kleine Trägerwarnung auch über die menschlichen Abgründe des menschlichen Daseins oder die Frage also, wo und wie kann sich Bewusstsein von Menschen vollkommen verfangen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass Florian Gallenberger heute bei uns ist. Hallo Veit. Also die Leute sind gewohnt, dass ich duze. Und wir haben jetzt auch in der Woche schon Gelegenheit gehabt, uns gut kennenzulernen. Ja, stimmt. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört, du hast gestern ein Golfturnier in Baden-Baden gemacht. Damit müssen wir anfangen. Ja, also ich bin in so einem Charity-Verein, Golfverein-Mitglied. Und wir machen im Jahr so zehn Golfturniere an verschiedenen Orten. Und da war unser Turnier gestern in Baden-Baden. Und das Schicksal wollte es so, dass ich dieses Turnier tatsächlich gewonnen habe. Obwohl ich dachte, ich hätte gar nicht so gut gespielt. Du hast mir vorhin in der Pause, ich steig gleich direkt ein, verraten, dass du eine ambivalente Einstellung Gewinnen gegenüber hast. Das finde ich gerade als Mann spannend, weil normalerweise stehen wir ja Männer auf Gewinnen. Ja, also du, ich habe eine Kindheit oder eine Jugend auf dem Tennisplatz hinter mir. Das war immer, also ich wäre fast Tennisprofi geworden. Und das war immer mit sehr viel Druck und sehr viel Erwartungsdruck versehen. Das heißt, ich musste gewinnen. Und wenn ich nicht gewonnen habe, dann war das eben ein Gefühl wie von totaler Wertlosigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man das dann über zehn, 15 Jahre, also ich habe mit drei angefangen Tennis zu spielen, habe mit fünf mein erstes Turnier gespielt, da ist das natürlich sehr früh. Und da ist man natürlich auch noch nicht an der Stelle, wo man den Sinn von dieser Erwartung, mit der man konfrontiert ist, hinterfragen kann und kann sagen, ja, ist denn das richtig? Sondern ich glaube, in dem Alter nimmt man die Dinge eben an und versucht, innerhalb dieses Rahmens, der einem gesteckt wird, dann zu funktionieren. Und insofern bin ich sehr aufs Gewinnen programmiert worden, was den Effekt hat, dass ich oft auch gewonnen habe. Aber also das Gewinnen und das Spielen, das ist ja eigentlich die interessante Kombination. Und das Spielen, das sehr viel mehr mit Spaß oder Freude eigentlich in Verbindung steht, da fällt mir der Zugang dann schwerer, weil ich immer sehr auf das Gewinnen fixiert bin. Jetzt muss ich sagen, ich habe gestern bei diesem Golfturnier nicht ans Gewinnen gedacht und deswegen hat es auch Spaß gemacht, dass ich dann trotzdem gewonnen habe. Das ist eigentlich das Teaching, das man rausziehen kann, dass das Gewinnen einem geschenkt werden kann und man trotzdem den Spaß haben darf. Ich verrate schon mal so viel, du bist Regisseur geworden. Richtig. Mich interessiert immer total, weil eines meiner Lieblingsthemen in der Arbeit ist Berufung. Wie kommen Menschen? Würdest du sagen, dass das deine Berufung ist? Also ich finde, Berufung ist ein großes Wort. Aber ich habe tatsächlich eine große Liebe zu Geschichten. Ob das jetzt Geschichten sind, die in Filmen erzählt werden oder Geschichten, die in Büchern erzählt werden oder auch Geschichten, die man sich einfach nur gegenseitig erzählt, das ist etwas, wofür ich wirklich Hingabe empfinde. Ich hatte nie als Jugendlicher gedacht, dass ich Regisseur werden würde. Also es gibt ja Leute, die sind schon mit acht Jahren mit der Kamera herumgelaufen. Überhaupt nicht. Jetzt komme ich auch aus einem Elternhaus, wo Kultur nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Und als ich 16 war, dachte ich, ich würde Jura, BWL studieren und dann versuchen, in einem großen Konzern irgendwie Karriere zu machen. Und eigentlich verdanke ich zwei Dinge. Nämlich zum einen der Familie meiner ersten Freundin, als ich in der Schule, also da war ich 17 und wir sind dann sieben Jahre zusammen gewesen. Das war überhaupt eine wichtige Erfahrung für mich, so eine feste Beziehung zu haben. Und in deren Elternhaus wurde am Abend darüber gesprochen, was im Theater läuft, welches Buch man gerade liest, dass man ein tolles Konzert gehört hat. Und das war für mich, also das war für mich unglaublich. Ja, also das war bei uns zu Hause eben nicht der Fall. Und das, da ist plötzlich so eine Türe aufgestoßen worden im richtigen Moment. Und der andere Aspekt war, ich hatte, ich wollte dann Mathe und, wie hieß das? BWL? Ja, nicht BWL heißt es in der Schule nicht, sondern, wie hieß denn das damals? Rechts? Wirtschaftslehrer. Irgendwie sowas, genau. Das wollte ich als Leistungskurse nehmen und habe dann am Tag, bevor man sich noch umentscheiden konnte, auf Deutsch und Englisch umgepolt. Und mein Deutschlehrer in der 12. Klasse, als man diese Facharbeit, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so eine größere Arbeit machen musste, der sagte dann, die Schule hat gerade zwei Videokameras. Also wir sprechen von vor 1000 Jahren, als das noch solche Schweine waren. VHS. VHS, ganz genau. Hatte die Schule gerade zwei Videokameras angeschafft. Also das war damals sozusagen der hottest Shit. Und dann sagte der, ja, willst du nicht als Facharbeit einen Film drehen? Und ich habe dann, glaube ich, mir so gesagt, naja, bevor ich jetzt da sitze und stundenlang irgendwelche Sekundarliteratur wälzen muss, glaube ich, das Film drehen wahrscheinlich besser. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich halt das. Aber da war überhaupt, also in dem ersten Moment war überhaupt keine, oh, das ist ja toll oder sowas. Und dann habe ich mir, ich war ein irrsinniger Kafka-Fan zu der Zeit, habe ich mir so eine ganz kurze Kafka-Parabel, der Schlag ans Hoftor hieß das, oder heißt diese Parabel, rausgesucht und habe daraus einen Kurzfilm gemacht. Und das war dann, das war dann großartig, weil, also ich, ich organisiere gerne Leute zusammen, ich mag, wenn viele Dinge zusammenkommen und sozusagen gemeinschaftlich eines erzeugen. Und als wir diesen Film gedreht haben, das ist dann ein, also für ein Schülerverhältnis ein megalomanes Projekt geworden, wo die halbe Schule dabei war und wir haben in den Alpen gedreht und sind irgendwie 15 Mal alle da in die Alpen gefahren und so. Und das fand ich großartig. Und da war dann so irgendwie so plötzlich, wow, das ist ja toll. Und dann habe ich überhaupt erst erfahren, dass man, dass es Schulen gibt, dass man das überhaupt, dass es ein Beruf ist, das war mir gar nicht bewusst. Dann gab es in München, oder es gibt in München die Filmhochschule, die sozusagen eine der renommiertesten Filmhochschulen weltweit ist. Und dann bin ich, war ich noch in der Schule, bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte das studieren hier. Und dann sagte der Studienberater, sagte, naja, aber, also Sie sind viel zu jung, Sie haben überhaupt keine Vorerfahrung, machen Sie ein paar Praktika, machen Sie was anderes und dann kommen Sie, wenn Sie Mitte 20 sind, kommen Sie nochmal und dann schauen wir mal, ob das das Richtige ist. Also ich war 19 und ich bin kein sehr geduldiger Mensch und ich habe mir gedacht, wovon redet der? Also ich will das jetzt machen, dann mache ich das auch und habe mich auch vollkommen blauäugig beworben, also ohne wirklich irgendeine Ahnung zu haben. Und es ist dann gut gelaufen und die haben mich genommen und dann war ich unversehens da drinnen gesessen irgendwie. Und dann muss ich schon sagen, also ich bin schon auch ein Mensch, der viel Hingabe hat an die Sachen und ich habe meinen, ich will es nicht sagen, mein Leben, den Filmen untergeordnet, aber mein Leben und meine Filme, das ist dann schon sehr miteinander verschmolzen. Und insofern empfinde ich es gar nicht so sehr, ich empfinde es nicht als Beruf, sondern ich empfinde es als das, was ich eben mache. Also das ist sehr nah an dem dran, wer ich auch bin. Wer bist du? Ich war sehr unvorsichtig von mir, diesen Satz auszusprechen, weil das war die Steilvorlage auf die unbeantwortbare Frage sozusagen. Naja, also ich glaube, es wäre ein Problem, wenn ich das jetzt in einen Satz gießen könnte. Weil wenn ich das jetzt in einen Satz gießen würde, wer ich bin, dann hätte ich mich schon sehr endlich gemacht. Und dann wäre das auch eine abgeschlossene Sache, weil ich bin ja keine abgeschlossene Sache. Ich bin ja so viel ein Prozess, wie ich jetzt auch hier bin. Und ich würde schon sagen, ich bin sozusagen der, der anwesend ist in dem, was ich tue. Und ich habe das Glück, dass ich in dem, was ich tue, gerne anwesend bin. Habe ich mich nochmal gerettet? Ich speichere auf, dass ich zu der Frage nochmal zurückkomme. Aber ich verstehe total, wenn du sagst, da kann man eigentlich gar nicht drüber reden. Ich finde allerdings, dass was wir tun, tatsächlich sehr viel darüber aussagt, wie wir uns begreifen. Und was mir auffällt, wenn ich mir anschaue, was du für Filme drehst, also du wirkst für mich nicht wie ein Regisseur, der seinen Stoff danach aussucht, wie kann ich einen möglichst finanziell erfolgreichen Blockbuster schreiben. Leider, ja. Sondern du gehst schon heiße Eisen an, finde ich. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich an der Münchner Filmhochschule viel Freiheit hatte. Das war eigentlich, als ich dort studiert habe, war das das Konzept der Schule, den Leuten Freiraum zu lassen. Und wir hatten dann, als ich im vierten Studienjahr war, hat Wim Wenders bei uns, der auch an der Münchner Hochschule studiert hat, hatte der eine Professur übernommen und hat mit meinem Kurs einen Film gedreht. Über die Brüder Skalanovski, die vor damals 100 Jahren die Kamera erfunden haben, vor den Lumières, und dann aufgrund von historischen Gegebenheiten eigentlich übersehen worden sind, obwohl die eigentlich die Erfinder des Kinos sind. Und da haben wir so mit einer Handkurbelkamera eine Art von Slapstick-Doku schwarz-weiß gedreht. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung, muss ich sagen. Ich war nie ein Fan von Wims Filmen, also das war ich nicht. Aber mit ihm dann zu arbeiten und mit jemandem Filme zu machen, der das seit Jahrzehnten tut und der irgendwie da anders drin steht, das war für mich nochmal ein irrer Anreiz, nicht nur im Schulischen zu denken, sondern zu sagen, ja, das kann ein richtiges Leben sein. Und dann hatte ich zwei Filme in einem Festival in Mexico City und wurde dahin eingeladen und war in der Stadt und dachte mir, das ist eine irre Stadt mit irren Geschichten, mit irren Konflikten. Ich möchte hier einen Film machen. Und das hat die Münchner Hochschule dann unterstützt. Und ich habe dort dann eben meinen Abschlussfilm gedreht, Quiero Ser. Und dieser Film war eine irrsinnige Räuberpistole. Wir sind verhaftet worden, weil wir die falsche Polizei bestochen haben. Und du sitzt dann plötzlich im Knast in Mexico City. Jetzt Mexico City ist eine riesige Stadt und eine Stadt, also es sind auch ganz schlimme Sachen passiert, also sehr kriminell und so. Also es war wirklich, da ist man ziemlich viel durch mit dem Film. Wie alt warst du da? Da war ich, warte mal, 98 gedreht, 26. Und als der Film fertig war, auch nochmal interessant auf das Thema Gewinnen zu kommen, wir saßen im Schneideraum, Hansjörg Weisbrich und ich, der den Film geschnitten hat, und wir haben fest über gesagt, das ist der größte Scheiß geworden, der je irgendwo hergestellt wurde. Vollkommen, also wir waren verzweifelt. Und dann ist es natürlich auch so, dann war die Abnahme des Films in der Hochschule. Mein Professor hat seine Post, also der Film lief und der hat seine Post durchgeschaut. Und dann dachte ich, ja gut, das wird nie was. Und dann fing dieser Film an, einen Preis nach dem anderen zu gewinnen. Also es war, also es gibt für diese Form von Film, Abschlussfilmen, 35 Minuten lang, im Prinzip keinen Preis, den der Film nicht gewonnen hat. Also es war irre. Und dann gewann er irgendwann den Studenten-Oscar für den besten fremdsprachigen Studentenfilm. Und im Jahr darauf hat er den Oscar gewonnen für den besten Kurzfilmsaunt. Und das hat natürlich, also da kommt man wieder zum Thema des Gewinnens, was in meinem Leben von Anfang an irgendwie verankert war, das hat natürlich dann auch meinen Status erheblich verändert, weil als, also ich war nicht einfach ein Filmhochschulabsolvent, sondern jetzt war ich plötzlich Oscar-Gewinner. Und diese Thematik, den Film in Mexiko zu machen, das ist ohne jegliche Berechnung passiert. Das ist einfach nur, weil ich das, weil ich das wollte. Und kein Mensch hätte je denken können, dass der Film so einen Erfolg hat. Und an der Stelle, und das ist, ich kann jetzt nur darauf zurückschauen, an der Stelle, nach dieser Oscar-Verleihung stand mir, da war ich dann 28 Jahre alt, da stand mir in Hollywood wirklich, also ich habe letztlich jeden Studio, also ich bin da rumgereicht worden, weil dann ist man sozusagen der Hoffnungsträger. Und ich hatte bereits ein neues Projekt in Deutschland, das Helmut Dietl produziert hat, und der Film spielte in Indien, also mein Indien-Film. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst gekriegt vor dieser Riesenmaschine, vor diesen Riesennamen, und ich war vielleicht nicht reif oder nicht mutig oder ich weiß nicht was genug und bin, habe mich letztlich so ein bisschen versteckt in dem, dass ich schon ein Projekt habe und so. Und die Türe tut sich dann nicht nochmal so auf, also dann hätte man an der Stelle durchlatschen können oder sagen, ja, schön, euch alle getroffen zu haben, und dann bin ich nach Indien und habe meinen Film in Indien gemacht. Der auf Bengali gedreht ist, wo du weißt, mit dem Film kannst du finanziell, also in Deutschland, nichts anfangen. Und danach habe ich dann den Film in China gemacht, einen riesigen Film über John Rabe, also ein Kriegsfilm mit Ulrich Thucke in der Hauptrolle und Steve Buscemi und Daniel Brühl, also ein tolles Projekt, aber natürlich auch relativ speziell. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass ich, der Gesichtspunkt, warum ich meine Filme gemacht habe, also an keiner Stelle war, wie viel Geld werde ich damit verdienen, sondern immer, welche Geschichte ist zu erzählen, bedeutet mir die Geschichte was, weil wie könnte ich die Geschichte überhaupt erzählen, wenn sie mir nichts bedeutet, dann würde ich nicht wissen, ist es besser, wenn der ein schwarzes Hemd anhat und rote Schuhe, oder ist es besser, wenn er so, weil das ist ja, man erzählt ja, es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur den Zugang, den man selber hat. Und das heißt, wenn ich nicht weiß, was mir die Geschichte bedeutet, wie soll ich dann diese ganzen Entscheidungen treffen? Denn als Regisseur ist das Einzige, was man tut, ist dauernd Entscheidungen treffen. Man trifft jeden Tag Tausende von, jeder Kleinstscheiß. Wenn wir das drehen würden, dann hätte ich vorher den Tisch ausgesucht, die Gläser ausgesucht, ob da Wasser drin ist oder Orangensaft, wie der Schuh, alles. Also das wählst wirklich du dann aus. Am Ende des Tages ist in dem Film, ich würde sagen, also nichts, was man bewusst sehen kann, was ich nicht unter verschiedenen Sachen ausgeweilt habe. Natürlich gibt es also in dem Prop-Department, das sind dann riesige Hallen, wo die Sachen dann liegen und wo man dann durchgeht und sagt, das ist ja das, 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 das. Und klar, wenn man mit jemandem dann schon lange arbeitet, dann wird der schon einem auch das Richtige hinstellen. Aber dass da was im Bild ist, was nicht vorher geprüft worden ist, ist das also bei mir eher weniger der Fall. Kannst du denn dann jetzt so eine Szene zum Beispiel einfach noch als ein ganz normales Leben sehen? Oder gibt es da quasi immer einen Regisseurblick, der denkt, das Glas steht falsch? Also wie sitzen die Typen? Also ich bin jetzt ja nicht, also ich bin nicht gerne vor der Kamera, wobei ich muss sagen, ich fühle mich jetzt alles gut, alles wohl, aber ich bin ja normalerweise nicht vor der Kamera. Aber ein paar Mal ist man es dann doch und man kommt irgendwo hin und spürt sofort, hier muss ich aufpassen, weil ich weiß nicht, warum die es so machen, aber es sieht Banane aus und ich hatte jetzt hier nicht den Eindruck, dass ich wahnsinnig aufpassen muss und von daher kann ich mich ganz gut entspannen und so. Also Alex, guter Tisch. Alles gut, alles gut. Gute Gläser. Sag mal, gibt es in dir eine Stimme oder einen Gedanken, der da manchmal in diesem Moment, wo die Tür auf dem Stein hat, in Hollywood zurückdenkt und denkt, fuck, das war vielleicht ein Fehler? Heute, ob es die Stimme heute gibt. Naja, also ich meine, das ist ja, die Frage heißt ja, also gibt es Bedauern im Leben, gibt es ein Festhalten an Stellen, an denen sich vermeintlicherweise eine Gabelung aufgetan hat und man ist halt in die Richtung gegangen und hätte auch in die Richtung gehen können. Also ich persönlich glaube, dass wir auf eine Art und Weise im Kopf, außer wir sind dann wirklich sehr, sehr im Frieden mit uns, ja doch viele Leben leben. Also es gibt das Leben, das wir gelebt haben und die Ungelebten leben, die wir weiter spinnen und die manchmal als Korrektiv, als Kompensation oder irgendetwas, die laufen ja immer mit. Und ich glaube, dass das tatsächliche Leben und die Ungelebten leben natürlich in einer sehr schmerzhaften Divergenz sein können. Und ich glaube, dass das ein Schmerz ist, an dem viele Leute leiden, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie denken, an der Stelle hätte das auch anders laufen können und jetzt kriege ich es nicht mehr eingefangen. Und ja, also klar, Hollywood ist sozusagen das Zentrum des Filmschaffens und ich habe nie gewagt, den Sprung zu versuchen, richtig dorthin zu gehen und zu sagen, so ich lebe jetzt hier und ich mache jetzt hier einen Film, was zum einen vielleicht mit meiner Angst oder einer Art von ja nicht ganz so leicht loslassen können zu tun hat, zum anderen auch, dass ich ja hier Filme gemacht habe, die ich gerne gemacht habe. Also wenn ich jetzt hier keinen Film an den Start gekriegt hätte, der mir irgendwie was gegeben hätte, dann wäre es leichter gewesen, woanders hinzugehen. Und in dem Sinne, also Leute, die in ihrem Leben sehr unzufrieden sind, ich glaube, die tun sich leichter damit, wirklich was Neues anzufangen, wohingegen, wenn es einem eigentlich gut geht, dann ist es schwierig, das zurückzulassen. Es gibt bei mir ein gewisses Bedauern, dass ich jetzt in den USA keine Filme gemacht habe. Ja, das ist richtig. Jetzt bin ich noch nicht so alt, am Ende passiert es noch, man weiß es ja nicht. Ich habe eben oft gemerkt, dass wenn man auf so eine ungute Art und Weise seinen Fokus auf was setzt, was mehr aus einer alten, ich sage es mal, aus einer alten Wunde kommt, dass das selten dienlich ist. Also ich sage nicht, dass es nicht gut ist, sich ein Ziel zu setzen, aber die Frage ist, was motiviert dieses Ziel? Und wenn das Ziel sozusagen eigentlich dafür da ist, einen Kampf zu gewinnen, der längst vorbei ist, weil er der Kampf aus der Kindheit, der Kampf des Vaters, den er nicht gewonnen hat, der auf einen dann produziert wurde, dann glaube ich, das führt selten zum Glück. Wenn die Zielsetzung sehr im Einklang dessen ist, was in einem selbst am Wachsen ist, dann kann das natürlich auch gut sein. Also wenn die Tür nochmal aufgehen würde? Also ich glaube, ich könnte jetzt mit dieser, ich sage es mal Maschine, weil Hollywood, also in den USA, wenn in der Zeitung steht, the industry, dann ist es die Filmindustrie. Wenn bei uns die Industrie in der Zeitung steht, dann sind es Autos. Also dort ist es eine Industrie und das ist eine unglaubliche Power, die da auch sitzt und Geld und macht und so. Damit konnte ich damals nicht so gut umgehen, das könnte ich heute definitiv besser. Insofern würde ich denken, dass ich bereiter wäre dafür, als ich es damals war. und vielleicht, das wünsche ich mir sehr, ist dieses, ich muss das erreichen, vielleicht wird das weniger stark mit der Zeit. Also es ist doch oft so, dass man ein Leben lang von Sachen geträumt hat und wenn sie sich dann einstellen, merkt man, es war eigentlich scheißegal, also hat gar nichts verändert. Und also ich weiß es nicht, jetzt bin ich ja kein Sportler geworden, aber so dieses Ding, ich muss Weltmeister werden, dann wird man es. Die Frage ist, ist dann gut oder dann muss halt der nächste Titel oder das nächste Ding her und dieses Mausrad oder dieses Hamsterrad, das ist halt eigentlich gesünder da, wenigstens nicht die ganze Zeit mitzulaufen und daran zu glauben, dass man wohin käme. Du hast gesagt, du kannst nur mit Geschichten arbeiten, also die dich wirklich kriegen. So habe ich dich verstanden. Jetzt ist ja okay, also Deutschland ist, sagen wir mal, ein kleineres Rad und dennoch musst du ja, wenn du so einen Film drehen willst, enorme Summen auftreiben. Leider. Ja, also wenn du, wenn ich mir versuche vorzustellen, du hast eine Idee und also wir kommen ja auch gleich noch auf einen deiner Filme zu sprechen, du hast ja, ich sage es nochmal, du hast ja nicht unbedingt die rosa-roten Fluffe-Ideen. Wie schwierig ist es für einen Film, der sich mit unbequemen Wahrheiten beschäftigt, die auch schon lange zurückliegen, wo auch viele Menschen, also eigentlich die meisten Menschen, sagen, komm, lass uns lieber nach vorne schauen, in Deutschland Geld aufzutreiben. Sehr schwierig. Ja, also die Leute haben Angst. Also ich glaube, Angst ist ein entscheidender Faktor im Verhalten der Menschen und die Menschen, die in den Filmförderungen sitzen, die in den Fernsehsendern sitzen und sozusagen über Budgets verfügen, die Menschen, die als Finanziers an Bord kommen können, die haben natürlich alle Angst, dass sie ihr Geld verlieren, dass sie aufs falsche Pferd setzen und so weiter. Und da ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, oh, lass uns lieber damit in Ruhe, weil das ist unangenehm, das ist längst vorbei. Das ist natürlich eine Geschichte, wo die Leute dann eher sagen, oh, lass uns lieber in was investieren oder das Geld woanders hingeben. Letzten Endes, also du hast so ein bisschen auf den Film Colonia Dignitat so angespielt, das hat eben über vier Jahre gedauert, dass wir diesen Film finanzieren konnten und das ist dann auch eine Zeit, wo man schon sehr, ja, also Durchhaltevermögen irgendwie braucht und wenn man dann nicht überzeugt ist davon, dass es einen Wert hat, jenseits des sozusagen materiellen Werts, diese Geschichte zu erzählen, dann hört das auch auf. Und deswegen, also für mich ist immer so ein bisschen, ich finde wirklich, man muss sich in eine Geschichte verlieben. Also wirklich, das ist wie ein, und jetzt nicht nur so Schmetterlinge im Bauch, sondern ein richtiges Verhältnis auch zu dieser Geschichte aufbauen. Und wie beim echten Verlieben ist es ja auch so, dass du das nicht vorhersehen kannst. Also du kannst sagen, ja, klar, der Mensch, in dem ich verliebe, der muss irgendwie eine Art von Intelligenz und eine Art von Herzenswärme und so, aber trotzdem ist es, wenn es passiert, immer wieder eine Überraschung. Und es kann jemanden geben, der so ähnlich ist und in dem verliebt man sich nicht. Und genauso ist es bei Geschichten. Könnte ich jetzt sagen, ja, die Geschichten, die mich interessieren, die müssen irgendwo einen Konflikt haben. und so, aber es passiert dann halt nur manchmal. Und wenn es passiert, dann finde ich, muss man da auch nachgehen und mitgehen. Und ich finde auch, dass einem, also ich finde auch, dass das Leben einem Momente dann schickt oder dass Momente geschehen, also es gab, gab es so einen Moment bei diesem China-Film, John Rabe, in dem geht es um das Massaker von Nanking, also 200.000, 250.000 Menschen wurden 1937 von der japanischen Armee in Nanking niedergemetzelt, bis heute der große Streitapfel zwischen China und Japan, was wirklich passiert, jetzt wie viele Opfer und so weiter. Und wir hatten, John Rabe war ein deutscher Siemens-Manager, der damals in der Stadt die Siemens-Niederlassung geleitet hat und der zusammen mit anderen Ausländern 200.000 Zivilisten geschützt hat, indem sie eine Sicherheitszone in dieser Stadt etabliert haben. John Rabe war, ist bis heute in China ein Held, ein nationaler Held, immer gewesen, in Deutschland kannte ihn kein Mensch. Wir haben die Rechte an seinen Tagebüchern gekauft, wollten seine Geschichte erzählen. Ich bin zum ersten Mal nach China gefahren, Recherche, als Tourist eingereist, nach zwei Tagen kriege ich einen Anruf auf meinem chinesischen Handy, von dem drei Leute die Nummer hatten und eine Frau sagte, ja, ich rufe Sie aus dem Propagandaministerium an, wir wissen, dass Sie hier sind und für Ihren Film schon Rabe recherchieren. Wir wollen Ihnen nur mitteilen, dass Sie leider den Film nicht drehen können werden, weil die Zentralkommunität der kommunistischen Partei hat entschieden, dass es nur einen Film zu diesem Thema geben soll und das soll ein chinesischer Film sein, deswegen werden Sie keine Drehgenehmigung bekommen. Tut uns wahnsinnig leid und viel Spaß noch in China. Das war natürlich wahnsinnig spooky. Und man merkt, ja, der Staat, die Krake funktioniert, die ist so. Dann bin ich nach Nanking gefahren, also ich habe noch nicht sofort die Flinte ins Korn geworfen, dort gibt es eine Gedächtnisstätte, so eine Art Yad Vashem des Massakers von Nanking. Sehr, sehr, also beeindruckend in dem, dass es wirklich schrecklich ist, was man da sieht, was geschehen ist. Bin ich danach zu dem Leiter dieser Gedenkstätte gegangen und habe gesagt, ja, also wäre es denn möglich, mit Überlebenden zu sprechen, die heute noch in der Stadt sind, weil ich mich da sehr interessieren würde dafür. Dann sagt er, also falls Sie der Filmemacher aus Deutschland sind, der keine Drehgenehmigung hat, dann geht das natürlich leider nicht. Krass. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich gemerkt, ja, also es muss mein Übersetzer sein, der irgendwie die, und ich dann habe ich den Übersetzer sozusagen verabschiedet und habe dann jemanden in Nanking gefunden, eine junge Frau, die gut Englisch sprach und habe gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir auf die Straße, schauen nach alten Leuten und fragen die höflich, ob sie vor 80 Jahren schon in Nanking gelebt haben, also richtig alte Leute und ob die davon erzählen. Also du bist ja schon dann auch ein sehr mutiger Mensch. Lass mich einmal, einen Satz noch so. Ich sage das und ein großer, weißhaariger Mann kommt um die Ecke, Herr Gau, werde ich nie vergessen. Sie sagt, Entschuldigung, ein Mensch aus Deutschland, so, ja, kommen Sie mit nach Hause, er war ein kleines Kind, er hat hier gelebt, seine Frau auch, kommen Sie mit nach Hause und fängt an zu erzählen und sagt, ja, er hat mit seiner Mutter im Garten eines Ausländers das Massaker überlebt. Da sage ich, wer war dieser Ausländer? Sagt er, weiß er nicht und der war ein Kind und so. Und hat die Übersetzerin die Idee und fragt, ja, wo war denn dieser Garten? Und dann sagt er die zwei Straßennamen und das waren die zwei Straßennamen, wo das Haus von Schonrabe stammt. Und dann sitzt, und selbst wenn ich jetzt erzähle, ich kriege noch, dann sitzt da dieser Mensch, der in dem Garten, der Figur, über die ich diesen Film machen möchte, dieses Massaker überlebt hat. Und den treffe ich auf der Straße und an dem Punkt habe ich gewusst, ich mache diesen Film. Auf jeden Fall, weil sonst wäre das nicht passiert. Und dann haben wir zwei Stunden, zwei Jahre um diese Drehgenehmigung gekämpft und wir haben am Ende des Tages den Film gemacht. Und wenn sowas passiert, ich weiß nicht, dann ist das jenseits von, ja, will ich den Film machen? Wird der ein Erfolg werden? Dann ist, dann kommt man so in eine andere Kategorie rein, wo man sich vielleicht ein bisschen als Werkzeug von der Vermittlung von etwas fühlt, was auch über das eigene, über den eigenen Horizont hinausgeht. Also ich weiß, du siehst ja ein bisschen skeptischer als ich. Also ich würde sagen, das klingt so, wie du bist geführt gewesen. Naja, also ich glaube sehr an, 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 an die sinnhafte Koinzidenz, sage ich jetzt mal. Also den sogenannten Zufall, der natürlich über das, dass es zufällig geschieht, etwas offenbart, was jenseits dessen ist, wer ich bin. und ob das jetzt eine göttliche Fügung, Führung ist, ich weiß nicht, ob das noch entscheidend ist, dass man das dann benennt. Aber es hat sich etwas ergeben, was mich auch vollkommen erfüllt hat. Also als der das sagte, ich habe gedacht, ich spinne. Wie groß ist die Chance? Es ist vollkommen unmöglich, dass das passiert. Und das war natürlich auch so wunderbar, weil man merkt, da hat jemand vor 80 Jahren sich heldenhaft verhalten und Großartiges geleistet. Und dieser Mensch säße da heute nicht, wenn das nicht damals passiert ist. Und ich habe den jetzt gefunden, wo ich von dieser Geschichte her kam. Also wunderbar. Also einfach ein sehr, sehr beglückender Moment. Lass uns über Kolonia sprechen. Also es ist ja sozusagen, Ich sage mal, wir sind ja, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja quasi fünf Minuten später über diesen Film gesprochen. Ich glaube nicht. Und ich glaube nicht an Zufälle. Also in meiner Arbeit geht es ja viel um menschliches Bewusstsein. Und das ist, also dieser Film ist ja quasi die Geschichte von der schlimmsten Version dessen, was mit menschlichem Bewusstsein gemacht werden kann. Wie ist dieser Film zu dir gekommen? Der Film ist, also der Film. Übrigens muss ich mal dazu sagen, und ich kann normalerweise, kann ich, wenn ich Filme sehe, ich kann echt gut abstrahieren. Ich kann auch mal einen gruseligen Film angucken etc. Aber der Film und unser Gespräch darüber hat mich echt zwei Nächte gekostet. Das tut mir leid. Nein, 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 das meine ich total positiv. Nicht sein Schlafraum. Nein, das hat mich einfach so bewegt. Weil ich glaube, dadurch, dass ich mit dir zuerst darüber gesprochen habe, war es noch realer. Es war einfach kein Film. Also, in dem Film geht es um die Colonia Dimidad, eine deutsche Sekte, die 1961 aus Deutschland nach Chile ausgewandert ist. Der Sektenführer, der Anführer war Paul Schäfer, ein sadistischer Pädophiler, der in 40 Jahren, die er diese Sekte am Arsch der Welt in Chile geleitet, kann man nicht sagen, unterdrückt hat, hat er letztlich seinen perfekten Unterdrückungsstaat, Mini-Unterdrückungsstaat aufgebaut. Und ich habe, weil du gefragt hast, wie kam der Film zu mir, der Film kam zu mir, bevor er ein Film war, in dem, dass ich als Neunjähriger in der Schule von unserer Lehrerin, oder unsere Lehrerin hat uns damals eine Reportage über diese Colonia Dignidad gezeigt, was für neunjährige Kinder eigentlich nicht so wirklich das richtige Thema war. Und ich hatte damals auch, als ich nach Hause ging, meiner Mutter erzählt, da sind Menschen in Chile, die dürfen nicht, die können nicht raus. Ich habe es auch nicht 100 Prozent, aber mir ist dieser Name Colonia Dignidad und dass da ein Unrecht passiert, dass da Menschen festgehalten werden. Also ich kann sagen, menschliches Leid und Unrecht, diese Komponente und der Lauf der Zeit, das sind Sachen, die mich irgendwie ansprechen. Also es ist oft, dass das dann gar nicht mir bewusst ist, aber dass das in den Filmen dann vorkommt. Und da war eben diese Colonia, in der wahnsinnig viel Leid passiert ist, dass niemals, also es geht gar nicht um Sühne, aber dass auch niemals anerkannt wurde, dass niemals aufgearbeitet wurde, dass es irgendwie drohte im Nirgendwo zu vergehen. Und ich habe dann, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, gedacht, ja, was würde ich denn gerne als nächstes machen? Und dann kam mir dieses Thema Colonia Dignidad wieder, weil ein Buch erschienen ist über die Colonia. Dann habe ich angefangen, mich da einzuarbeiten und habe gemerkt, dass das tatsächlich ein Universum ist. Also in 40 Jahren, wenn man was 40 Jahre lang unter Verschluss hält, dann passieren da unfassbare Dinge. Und das gilt wahrscheinlich, wenn du jetzt einen Apfel 40 Jahre lang, dann wird da drinnen auch alles Mögliche wachsen. Und so ist es auch in der Colonia, dass das in der Recherche schon sich gezeigt hat, dass das ein ganzer Kosmos ist irgendwie. Und dann hatte ich großes Glück bei der Premiere von dem China-Film, von dem ich gerade erzählt habe, bei der portugiesischen Premiere, kam ein Herr zu mir, der mir zum Film gratulierte und er stellte sich heraus, er ist der chilenische Botschafter in Portugal. Und dem ich dann gesagt habe, ja, ich fliege jetzt nach Chile und so. Und er sagte, ja, komm in die Botschaft und hat mir Namen gegeben von Leuten, die in Chile mit dem Thema befasst sind. Und dann kam ich eben nach Chile, da war die Türe sozusagen schon so halbweit aufgestoßen. Und dann, ich finde, dann merkt man einfach, dann fängt in einem selber auch eine Art von Drang, Feuer an, wo man weiß, das hört jetzt nicht mehr auf. Also da muss ich jetzt die Straße, die muss ich jetzt auch weitergehen und irgendwie zu Ende gehen. Und dann bin ich, über vier Jahre hinweg, bin ich jedes Jahr mehrmals in die Colonia gefahren. Also dann konnte man schon als, es war dann schon geöffnet, Paul Schäffer, der Anführer, war dann schon im Gefängnis gewesen und war damals dann schon auch verstorben. Und habe angefangen, mit der jüngeren Generation dieser Sekte Freundschaften aufzubauen. Also erst mal sich kennenzulernen und dann Freundschaften aufzubauen. Und diese Jüngeren, die haben uns bis zum Ende, also bis wir den Film gedreht haben, unterstützt, weil die wollten, dass diese Geschichte erzählt wird. Also im Prinzip gibt es drei Generationen. Die Gründergenerationen, die 61 nach Chile ausgewandert sind, dann die erste Kindergeneration von denen und die zweite Kindergeneration von denen. Und die Jüngsten, die waren eben in diesem Sektengefüge wirklich nur Opfer. Also die sind als Kinder missbraucht worden und sind dann bei Schäfers Verschwinden oder dann Gefängnisstrafe, waren die dann 18, 19, 20. Das heißt, die sind, weil diese Sekte ist natürlich ein in sich vollkommen missbräuchlicher Mechanismus. Das heißt, jeder kommt auch automatisch an die Stelle, wo er selbst zum Missbraucher wird. Und das ist auch Teil der Logik. Also es gibt keinen, der sauber bleiben kann, weil irgendwann kommt man dazu, dass man einen schlägt, dass man einen unterdrückt, dass man einen denunziert und so weiter. Bis auf diese Jugendlichen, die waren eben eigentlich reine Opfer. Und die wollten, dass diese Geschichte erzählt wird, die damals seit 40, 50 Jahren totgeschwiegen wurde. Und ja, und dann war das letztlich vier Jahre wie eine Detektivarbeit oder wie eine Annäherung an ein scheues Tier vielleicht. Wo man sagt, ja, wenn ich jetzt zu schnell darauf zugehe, dann läuft es weg. Aber wenn ich ganz langsam, also ein bisschen wie beim kleinen Prinzen, wenn ich mich ganz langsam, dann werde ich irgendwann Zutritt bekommen. Und das hat vier Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich Zutritt zu dieser, also ich hatte natürlich Feinde bis zum Ende. Und für den größten Teil der Mitglieder werde ich in der Hölle schmoren dafür, dass ich den Film gemacht habe. Und das sagen die mir auch, dass ich in die Hölle komme, weil ich hier sozusagen ihr großartiges Projekt, das war ja eine Mission gewesen, in den Dreck gezogen habe. Also das heißt, die sehen es immer noch so, dass es eigentlich wertvoll gewesen ist. Also das, wie immer, die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, die Kolonia hat faktisch Wohltätiges getan. Sie hat nur faktisch auch unfassbar viel Leid erzeugt. Also es gab, also das Krankenhaus der Kolonia in Chile war bekannt und hat Leute umsonst behandelt. Das war eben die wohltätige Mission dabei. Und ich bin mir sicher, dass da auch Leute von Krankheiten geheilt und dass denen geholfen worden ist. Aber das Krankenhaus war zum Beispiel auch dafür da. Also Paul Schäfer hatte ja Männer und Frauen voneinander getrennt. Deswegen gab es sehr wenig Nachwuchs oder so gut wie gar keinen Nachwuchs in der Kolonia. Und ab irgendeinem Punkt sind ihm sozusagen die kleinen Jungs zum Missbrauch ausgegangen. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass wenn Kinder in die Klinik eingeliefert wurden, weil der eine Krankheit oder weil er eine Verletzung hatte, dann hat man gesagt, ja lassen Sie ihn da, wir kümmern uns so. Und dann kam die Mutter oder die Familie eine Woche später. Und dann sagt man, es tut uns wahnsinnig leid, aber ihr Sohn hatte eine ganz, ganz schlimme, ansteckende Krankheit. Er ist verstorben. Und weil die Krankheit so ansteckend war, mussten wir sofort einäschern, weil man das nicht so. Und dann haben wir eine Urne bekommen und sind mit der Urne nach Hause gegangen. Und dann wurden die Kinder umbenannt, haben deutsche Namen bekommen und wurden dann unter den deutschen Namen sozusagen als Ziehkinder weiter in der Kolonia behalten. Letztlich nur dafür, dass Paul Schäfer Nachwuchs für seinen Missbrauch hatte. Und das sind natürlich horrende Verbrechen. Insofern kann man jetzt nicht sagen, weil das Krankenhaus, ja es wurden in dem Krankenhaus Leute geholfen, aber das Krankenhaus war auch Mittel, um Sexsklaven für, also Kindersexsklaven für Paul Schäfer zu rekrutieren. Wie verarbeitest du das? Ja, also ich weiß nicht, ob es da, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da ein Rezept gibt. Ich kann nur sagen, dass das, also es kommt ein bisschen darauf an, an welcher Stelle im Prozess des Filmemachens man ist. In dieser frühen Phase der Recherche, was ja auch dann immer einhergibt mit Drehbuchschreiben, man schreibt, dann kommt man an Stellen, wo man sagt, ja ich bin hier noch nicht tief genug in der Geschichte drin, dann wird weiter recherchiert. Das ist sowieso eine Phase, in der man aufnimmt. Also das ist eine, da saugt man alles auf und auch diese Dinge. Und das, also ich bin dann so, ich glaube, man muss dem mit, also der Bereitschaft begegnen, diesen Schmerz, der in diesen Vorfällen liegt, auch zu empfangen. Und was du sagst, schlaflose Nächte, also besonders in der Kolonia, das ist ein Ort, der mit einer, also wenn man dort ist, für mich immer mit einer Kälte und einem, also ich bin immer erschöpft da rausgegangen, auch im Hochsommer, wenn es heiß ist, war immer, ich habe eigentlich immer, es ist ein ganz, ein echt dunkler Ort. Und ich finde, das gehört dann auch dazu, sich dem auszusetzen und dass also diese Leute und das, was passiert ist, das ist auch nie betrauert worden. Also da gab es auch niemand, der getrauert hat, weil es ist ja verborgen, es ist ja nicht passiert. Und das gehört dann auch dazu, dass man selber, die leben ja quasi noch. Naja, also das leben jetzt, glaube ich, noch 80 Leute dort, das war also, die Sekte war am größten Punkt 400 Leute, mehr waren das nicht. Und seitdem Paul Schäfer, also er wurde dann Ende der 90er Jahre, weil sich das politische System in Chile verändert hatte, hielt niemand mehr die schützende Hand über ihn. Die Polizei ist dann mehrmals in die Kolonie, dann ist er geflohen, ist über die Berge nach Argentinien geflohen. Aber ab dem Moment, dass er weg war, hat sich die Sekte sehr, sehr, sehr langsam, aber kontinuierlich immer weiter geöffnet. Die Gründergenerationen, ich weiß nicht, wie viele von denen jetzt noch am Leben sind, die sind sehr alt mittlerweile, die sind in der Sekte geblieben, also sind in der Kolonie an dem Ort geblieben, die waren auch zu alt und nach 40 Jahren in dem System, glaube ich, nicht mehr in eine normale Gesellschaft transferierbar. Die jüngste Generation ist meines Erachtens gänzlich rausgegangen, sofort, und diese mittlere Generation ist zum Teil raus und zum Teil dort geblieben. Aber selbst die, die rausgegangen sind, die tatsächlich nur gelitten haben, auch die, wenn man mit denen, also als sie dann schon sich geöffnet hatten, gesprochen hat, die haben alle immer erzählt, wir haben so ein schlechtes Gewissen, dass wir, also die Brautgemeinde Christi, das war immer der Terminus, unter dem sie sich selbst bezeichnet haben, dass wir das verlassen haben, dass wir das im Stich gelassen haben, weil wir dazugehören. Und wenn man dann gesagt hat, ja, ihr seid nur geschlagen, vergewaltigt, unterdrückt worden und mit Christi hatte das nicht wirklich was zu tun, dann ist trotzdem sozusagen die tief eingebrannte Schuld, die man empfindet, weil man weggegangen ist, ich glaube nicht, dass man das so ohne weiteres loswerden kann. Hast du in der Zeit irgendwann mal das Gefühl gehabt, ey, jetzt brauche ich mal einen Psychologen, bei dem ich hier mal auspacken kann? Also ich bin seit 26 Jahren jede Woche beim Psychologen, also ich bin ein großer Fan der Psychoanalyse und das ist mein Ding und ich liebe das und ich tue das nicht, oder ich möchte das nicht, um ein Problem zu lösen, sondern ich glaube, das Leben ist so reichhaltig und gerade an den Stellen interessant, die jenseits von dem täglichen kontrollierbaren liegen und dass da jemand ist, mit dem man offen über sein Leben sprechen kann und der kein eigenes Interesse an einem hat, der nicht will, dass man gewinnt, der nicht will, dass man, und der nichts draus für sich ziehen muss, der sozusagen in einer gewissen Art von, also mit einer guten Distanz darüber sprechen kann und der einen auf das hinweist, was man in seiner, weil man so befasst ist mit den Sachen, was man deshalb nicht sehen kann, also den Wald vor lauter Bäumen, das finde ich fürs Leben unglaublich bereichernd und von daher, also ich habe, als ich 23 war, über einen Studienkollegen, eine Dame in München, Johanna Danis, getroffen, die dann über, ich weiß nicht wie lange, 20, 22 Jahre lang, letztlich diese Begleiterin in meinem Leben war und der ich unglaublich viel verdanke, weil die nicht auf mein Leben, eingewirkt hat, sondern mir an Stellen einen Blick geschenkt hat, der mich mein Leben hat anders leben lassen können. Ich würde gerne mit dir über das Böse sprechen, also mich fasziniert dieser Film oder die Geschichte des Films dahinter so sehr, weil da eigentlich, ich sage jetzt mal so, die purste, heiligste Sehnsucht des Menschen, nämlich etwas zu finden, was wirklich ein höheres Prinzip ist, dem du dich hingibst, also auch zum Beispiel auch das Bedürfnis, einem anderen Menschen zutiefst zu vertrauen, dich hinzugeben, zusammenkommt mit dem, also schlimmer kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also ich sage mal so, wenn es einen Teufel gäbe, dann ist Paul Schäfer die Inkarnation. Relativ nah dran, ja. Was bedeutet das Böse für dich? Gibt es das? Und was genau ist es für dich? Ich weiß, eine ganz einfache Frage. Also, das ist die Frage, also wenn es eine moralische Kategorie ist, dann würde ich sagen, ist sie pragmatisch hilfreich, um eine Gruppe zu organisieren, aber das ist nicht das tiefere Verständnis vom Leben. Und ich habe natürlich nie die Chance gehabt, mit Paul Schäfer zu sprechen. Und ich kann, ich habe mit sehr vielen Leuten um ihn herum sehr intensiv gesprochen und es gab eine interessante Sache. Paul Schäfer hat sich, also Paul Schäfer hat wahnsinnig gerne gejagt. Jagen war ein Riesending und er hat sich ein absurdes Auto bauen lassen, das war ein Kübelwagen, ein deutscher Kübelwagen noch aus dem Weltkrieg, wo er sich an der Seite selbst so einen, wie so einen Jagdstand anbauen hat lassen. Das heißt, er konnte am Wagen einfach so außerhalb und damit ist er rumgerast und hat Hunderttausende von Kaninchen und Zeug totgeschossen. Und auf einer dieser Jagden hat er sich unvorsichtigerweise selbst in den Bauch geschossen. Ich glaube, er wollte die Pistole wegstecken, ging los und hat sich selbst in den Bauch geschossen. Und er dachte, das war kritisch, er lag dann im eigenen Krankenhaus und er dachte, er würde sterben. Und die Altersgruppen hatten immer ganz komische, also das waren immer in Gruppen eingeteilt und die hatten ganz komischen Namen. Große Keile, kleine Keile, Dragona, so. Und je nachdem, wie alt die waren, waren sie Missbrauchsopfer von ihm. Und dann hat er letztlich alle Altersgruppen, die seine Missbrauchsopfer waren oder seine Objekte der Begierde, hat er dann, als er dachte, er stirbt, ins Krankenhaus gerufen, um sein Bett rum versammelt und hat sich bei denen entschuldigt. Und hat sich entschuldigt für das Unrecht, das er ihnen angetan hat. Er hat dann aber überlebt. Es hat ihn jetzt auch nicht daran gehindert, weiterzumachen. Aber es zeigt natürlich, dass bei ihm ein Bewusstsein da war, dass das, was er tut, schlimmes Leid zufügt an diese Menschen. Und ich fand das immer sehr interessant, weil man hat das Gefühl, der Mann war halt gefangen in seinem Sadismus und so. Nein, nein, der hat schon sehr viel Bewusstsein gehabt. Und der hat offensichtlich auch Schuld empfunden, weil sonst hätte er sich nicht entschuldigen müssen. Ich habe, er hatte ja ein Glasauge. Ich weiß auch nicht viel über seine Kindheit, aber er hat sich dieses Auge selbst, er hat sich, er hat einen Knoten im Schuhband gehabt und hat den versucht, mit einer Gabel zu lösen und rutschte mit der Gabel ab und hat sich selbst als Kind mit der Gabel das Auge ausgestochen. Auch das finde ich, also schwer zu erklären, aber in dieser Szene liegt schon so viel Aggressivität irgendwie drin. Von daher, ich glaube, es gab was sehr, sehr Dunkles in ihm und ich glaube, dass das Leben, auch unsere Physis, ich glaube auch das Krankheiten, dass alles Ausdruck ist. Es kommt, es wird etwas ausgedrückt und ich glaube, dass er etwas in sich hatte, was oft, sozusagen der leichteste Weg für ihn das auszudrücken, war das zu tun und er war offensichtlich nicht sehr empathiefähig und hat es geschafft, die Leute und hat es auch genossen, diese Leute in diese schreckliche, so. Jetzt kann man sagen, ich glaube, das Problem ist, wenn man sagt, das ist böse, dann, oder es kommt auf das Thema Urteilen und Verstehen. Ich glaube, das ist eine Entscheidung. In dem Moment, wo ich urteile, höre ich auf zu verstehen, weil dann habe ich ein Label drauf gemacht und dann ist Deckel drauf und fertig. In dem Moment, wo ich es verstehe, brauche ich das Urteil eigentlich nicht mehr, weil dann bin ich in der Sache drin. Und wenn ich jetzt sage, der ist böse und das als Urteil sehe, dann höre ich auf, in diesen Mechanismus reinzuschauen. Aber ist es zu verstehen? Also ist es für dich zu verstehen? Also es gibt, es gab unendlich viele Momente, in denen man so abgeprallt ist, also ich so abgeprallt bin an dem, was da passiert ist, dass man wirklich, dass man am grundsätzlichsten, also dass ich gezweifelt habe, an dem, was ein Mensch für mich bis dato war. Und insofern hat es mich sehr erschüttert. Das Verstehen, ist die Frage, also Verstehen und Nachvollziehen sind ja auch nochmal unterschiedliche Sachen. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar gewesen, dass man sowas genießt, aber du siehst es dann, der Schäfer war, es gab, das ist irre, das gab an dem Haus, Freihaus, das war das Haus, in dem er lebte, gab es eine Skulptur, die eine Nonne oder eine Frau, Nonne, Maria-Figur darstellte und zwei Kinder so im Arm hielt. So 50er Jahre Emblem war auch, das sozusagen das Wappen der Kolonia. Und als er weg war, das Erste, was passiert ist in der Kolonia, ist, dass diese Figur über Nacht von den Jungs, mit den Hammern weggeschlagen wurde, zerbeult wurde und irgendwo auf dem Gelände weggeworfen wurde. Das Gelände ist 30 Quadratkilometer groß, Wald. Und dann, weil diese Kinder in diesem Emblem natürlich eine Verkörperung von dem Missbrauch, von wegen hier, ich schütze euch, und dann hat sich die ältere Generation furchtbar aufgeregt und dann wurde diese, auf 30 Quadratkilometern wurden Suchttrupps losgeschickt, diese Figur zu finden. Sie haben Wochen gesucht und dann haben sie nach Wochen dieses zerbeulte Ding, haben sie wieder gerade Bogen, wieder hingehängt und da haben sie gesehen, dass Schäfer in diese Figur auf der Rückseite, lasset die Kinder zu mir kommen, eingravieren hat lassen. Das wusste keiner. Und das ist, da ist eine Dunkelheit drinnen, die ist unfassbar, wo man denkt, da hat auch noch keiner, das hat er nur für sich, hat er da hinten, lasse die Kinder zu ihm und er hat gewusst, was mit den Kindern passiert, die zu ihm kommen. Das ist, ja, das ist sehr böse. Das ist sehr böse. Ich kann nur nicht sagen, ob das Böse die Totalität seiner Persönlichkeit ist oder ob es neben diesem Bösen oder wie das Böse in was anderes eingekleert ist. Weil was du vorher gesagt hast, ist, und das ist ja heute, also wenn man jetzt die Gräber in Kanada von den Umerziehungsheimen für die indigene Bevölkerung findet und sagt, na da wurden sozusagen im Namen der katholischen Kirche tausende von Kindern getötet, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche bei dem Pfadfindern. Es ist ja frappierend, dass in diesen ganzen Vereinigungen, die dem, also offiziell und nach außen, die dem Guten sozusagen hinzustreben, dass gerade an der Stelle dieser ganze Missbrauch passiert ist. Das ist ja so. Und das zeigt einem doch nur, dass das Gegenteil die beste Deckung ist. Das Gegenteil? Also, dass sozusagen Schäfer war, der genau das Gegenteil nach außen hin projiziert hat von dem, was er innen getan hat. Und nichts, die beste Maske ist genau das Gegenteil von dem, also nicht die kleine Lüge, sondern die totale Lüge ist das, was als Maske am besten funktioniert. Und das, glaube ich, muss man sich einfach als sozusagen, als was man daraus lernen kann, dass, wenn man sagt, ja, man sieht sowieso immer nur eine Fassade, aber das, die Fassade ist ja dafür da, um das, was hinter der Fassade ist, sozusagen zu verdecken. Und das sozusagen nicht ein bisschen gemogelt funktioniert, sondern total. Also, was mich, glaube ich, an dieser Geschichte viel mehr beschäftigt als er, weil man kann ja immer noch sagen, okay, es gibt immer wieder auf der Welt, gibt es so ganz besonders böse Exemplare, jetzt mal auch perfide. Total. Also, ich sage jetzt mal, alles, was du mir auch im Vorfeld schon erzählt hast, also die Strategien, Familien auseinander zu bringen, man könnte fast sagen, perverserweise, der Typ ist ein Genie gewesen darin, den Willen von Menschen zu brechen. Aber was mich eigentlich am meisten elektrisiert, ist die Frage, es ist offenkundig möglich, also hunderte von Menschen durch einen einzigen und durch ein perfides System an den Punkt zu kommen, dass sie Sachen machen, also die nicht zu verstehen sind. Nicht zu verstehen sind. Ja, also ich meine, meine Theorie ist es, dass es eben letztlich drei Säulen gibt, die sein System getragen haben, das ist Gewalt, also er war sehr gewalttätig, er hat Gewalt geliebt, er hat, also es wurden in der Kolonia ja auch politische Gefangene vom Geheimdienst von Pinochet festgehalten, gefoltert und auch getötet. Schäfer ist gerne zu den Folterungen dazugekommen und hat letztlich Folternachhilfe gegeben, weil er das gut konnte. also diese Gewalt war da, aber die entscheiden Säulen waren meiner Ansicht nach die Anführerfigur oder die Führerfigur, wie man in Deutschland vorbelastet, ja, vermeidet, aber letztlich war er der Führer dieser Truppe und eine Ideologie oder in dem Falle eben eine Religion, wobei das Interessante ist, die Kolonnos, also die Sektenmitglieder, die durften keine Bibel lesen, weil in der Bibel natürlich die Familie vorkommt. Also Schäfer hat deren Leben so sehr beschnitten, dass die Bibel eigentlich eine Lektüre war, wie sein ganzes System so und das hat er denen auch gesagt, ihr versteht die Bibel nicht, ihr könnt, wenn ihr das lest, ihr kommt total so auf Abwege und es gab ein Buch, das hieß Schild des Glaubens, das war das einzige Buch, was sie lesen durften und selbst da waren Stellen geschwärzt und was ich so interessant finde ist, wo ist der Punkt, wo Menschen aufgeben, das, was ihnen gesagt wird, selbst noch zu prüfen und dieser Punkt ist meiner Meinung nach bei vielen Leuten viel früher, als ich das gedacht hätte und diese Bereitschaft, das zu übernehmen, ohne es zu prüfen, in der Gruppe entfacht eine unglaubliche Energie und dann gibt es natürlich noch den Gruppendruck, weil wehe, du bist der Einzige, der sagt, du, das glaube ich jetzt nicht und also an der Stelle könnte ich fast den Ball in deine Richtung zurückspielen, weil das ist, glaube ich, für alles, was jetzt in Richtung von Lebenserklärung, sage ich jetzt mal, geht, da gibt es genau diesen Punkt, dass jemand sagt, naja, also was ist ein Fan? Ein Fan ist jemand, der den, den er bewundert, nicht mehr wirklich in Frage stellt und dieses nicht mehr in Frage stellen macht alles viel einfacher, das Leben wird viel einfacher, nur du bist in dem Moment wie eine manipulierbare Masse und wenn du viel genug manipulierbaren Massen bündeln kannst, dann hast du plötzlich eine Bewegung und die berauscht sich an sich selbst und dann ist es aber, glaube ich, mit der Sinnsuche nicht mehr weit her und das glaube ich, also es gibt es ja auch in der spirituellen Szene einiges an Missbrauchs, Dinge, die auftreten, das ist genau die Energie, wo man Gefahr laufen kann, dass man da reingerät. Absolut, also und also für mich ist sozusagen, das ist das große, große ja aber, ja aber, ja aber in meiner Arbeit überhaupt, also zu gucken, wo kann ich dem vorbeugen, vorbeugen, vorbeugen und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass es viele Leute gibt, die das wirklich exakt so wollen, weil du hast es gerade gesagt, was einfach fucking einfach ist, zu sagen, okay, ich habe es hier erklärt bekommen, ich brauche das Ding nicht mehr einzuschalten, ich gehe jetzt einfach hinterher. Ja und der Typ, der es mir erklärt hat, ist super, weil das ist, also Schäfer war ein Mann Gottes, das war in der, das war, wie er in der Gemeinde hieß und wenn er was falsch gemacht hat, Fehler gemacht hat, dann hieß es immer, er ist ein Mann Gottes, das war irgendwie die Kategorie drüber und wir müssen ihm auch verzeihen, dass es christliche Tugend ist, verzeihen, so, aber er ist nie in Frage gestellt worden, weil er dieses Label Mann Gottes hatte und das ist, also jetzt der klassische Guru-Ding, wo man sagt, naja, der kann auch mal daneben liegen, aber ich stelle ihn trotzdem nicht in Frage und ich glaube, dass es dann eigentlich keine fruchtbare Beziehung mehr sein kann und das ist halt so schwierig, weil, also wenn dich Leute super finden, was du ja gar nicht verhindern, also du kannst ja nicht jemanden, so, aber dann glaube ich, könnte das eine Gefahr sein, für wie fruchtbar der Austausch, die Reise auf der Sinnsuche für denjenigen dann noch ist, weil er dann ja übernimmt. Total, aber jetzt mal aus deiner Erfahrung, du hast ja sozusagen sehr tief in das schlimmste Extrem dieser Geschichte reingeschaut, also, was hast du für Tipps für mich, für so jemanden wie mich, also was kann ich von meiner Seite aus, der in der Öffentlichkeit steht, der auch immer wieder in Seminaren etc., letzten Endes natürlich Sachen erklärt, was kann ich tun quasi als eine Vorbeugung und was können die Leute von der anderen Seite, also jetzt zum Beispiel, das sehen ja ganz sicher auch das Video, sehen Leute, die sagen, ey, ich finde den Veit ganz toll, was können die tun, damit diese Beziehung gesund bleibt? Also ich glaube, also gut man es kann oder sich selbst daran erinnern, die Beziehung zum Veit mit der Beziehung zu den Inhalten, die der Veit vielleicht gesagt hat, zu sehen, das sind zwei verschiedene Beziehungen. Man kann den Veit ja, der kann was sagen, was ich nicht gut finde und ich kann den Veit trotzdem noch gut finden. Man muss ja nicht in allem immer vollkommen einer Meinung sein. Und das Interessante ist ja, dass wenn du an der Stelle was sagst, was der eine oder andere nicht gut findet, dass er dann auch möglicherweise die Beziehung zu dir sofort bricht. Also dass diese zwei Beziehungen eigentlich so vermischt werden, dass es plötzlich wie eine scheint. Aber der Veit und das, was der Veit sagt, sind zwei verschiedene Sachen möglicherweise. Das würde ich so sagen, für die Leute, die zu dir oder bei dir irgendwie drauf gucken, sagen, ja, versuch das doch zu unterscheiden und beides transparent zu halten. Und ich glaube, man kann sich selber fragen, was ziehe ich denn raus für mich? Und ein gutes Gefühl ist eine tolle Sache, das ist eine tolle Sache, aber wenn ich mich Halt suche, ich weiß nicht, ob die Suche nach Halt, die wir natürlich alle haben, aber ob das die beste Triebfeder ist für die Sinnsuche, bin ich mir nicht sicher. Weil ich glaube, wenn es entscheidend ist, dass ich Halt finde, dann scheiden verschiedene Sachen, Möglichkeiten aus, weil ich mich gar nicht dafür öffnen kann. Und ich glaube, die Einsamkeit und das Dunkle und das Unvorhersehbare am Leben, das sind Teile, die dazugehören. Und auf dem Weg, irgendwie tiefer voranzukommen, wird man sich dem öffnen müssen. Und was du tun kannst, also ich hätte gesagt, du kannst versuchen, Bewusstsein zu behalten, wie stark die Energie ist, die du aussendest, die eine magnetische oder die eine magische Anziehungskraft hat. Und jetzt kenne ich dich noch nicht sehr gut, aber du bist ein sehr anziehender Mensch. Und das meine ich jetzt nicht sexuell oder nur, sondern das ist einfach, und es gibt solche Leute, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber da ist eben, also idealerweise würde man sagen, naja, du hast zwar diese Macht, aber du nutzt sie nicht. Und ich glaube, was die Leute sehr stark suchen, ist Nähe. Also immer, wenn jemand anziehend ist, dann ist die Währung, in der gemessen ist, wie nah bist du dran gewesen? Wie nah warst du der Sonne? So ungefähr. Und da glaube ich, ist es wert zu überlegen, was erzeugt den Eindruck von Nähe? Und ich habe so überlegt, wenn man Geschichten schreibt, also wenn man Drehbuch schreibt, da geht es ja auch sehr viel drum, dass man die Nähe, also Identifizierung mit der Hauptfigur schafft. Und das wäre genau, also wenn du Identifizierung schaffst, dann ist schon gefährlich, weil dann sind die Leute mit dir identifiziert. Dann so, jetzt versucht man beim Film eher diese Identifizierung herzustellen, sodass die Leute mitlaufen und nicht den ganzen Film über die Hauptfigur in Frage stellen, weil dann funktioniert das Emotionale nicht. Aber die Identifizierung funktioniert sehr stark drüber, dass nach dem ersten Schritt, wo Leute die Hauptfigur erstmal gut finden, dann die Schwäche kommt. Also ohne dem, dass die Schwäche offenbart wird, gibt es keine Identifizierung, weil die maximale Nähe ist die Kenntnis der Schwachen, der schlechten Seite. Das heißt, wenn du zu deinen Leuten sagst, ich bin auch manchmal ein Arschloch, dann erzeugt das meiner Ansicht nach keine Distanzierung, dass du sagst, ja, die sagen, ah, der ist auch ein Arschloch, jetzt, sondern im Gegenteil. Die sagen, er hat das gezeigt, was er normalerweise nicht zeigt und das, was man normalerweise nicht zeigt, zeigt man nur dem engsten Kreis. Also soll ich jetzt nicht mehr zeigen, dass ich auch mal... Ne, ich weiß nicht, was du zeigst, aber ich sage nur also... Ich bin sehr ehrlich und ich mache es nicht aus Kalkül, aber ich verstehe total, was du meinst. Das zeugt natürlich dann letzten Endes, also entweder man sagt, okay, ich will so einen ganz perfekten Guru, dann das funktioniert bei mir nicht, aber wenn man sagt, ich stehe auf menschliche Authentizität, dann erzeugt das, das kann ich nachvollziehen, viel näher. Ich glaube, das erzeugt eben Nähe und ich glaube halt, dass es wichtig ist, das irgendwie immer transparent zu handhaben. und ich, die Sachen, über die du sprichst und über die du mit deinen Leuten arbeitest, das funktioniert ja nur in einem Nahbereich. Also die Nähe ist ja Teil, es geht gar nicht anders. Ich glaube halt nur, dass man auf beiden Seiten dauernd sozusagen die Gefahr, der Magnet zieht sich an, bumm, und plötzlich ist keine Kritik mehr möglich und plötzlich ist man in dem Fahrwasser und betet es nach und ich glaube, dass dann immer ein Punkt kommt, wo es ein unschönes Erwachen gibt, wo man plötzlich merkt, ah, jetzt verstehen wir uns doch nicht mehr und dann ist es plötzlich der böse Fight, der Scheiß Fight, weil es ist ja mein, das glaube ich, mein Fight. Und dann hört der plötzlich auf, mein Fight zu sein und sagt jetzt was, was mein Fight gar nicht sagt und jetzt gibt es den Bruch. Und Brüche sind immer Zeichen, dass die Beziehung nicht funktioniert hat, weil wenn die Beziehung funktioniert, dann ist die auch belastbar, dehnbar, entwickelt sich und wenn es bricht, hat man irgendwie an was Falsches geglaubt und dann bricht es halt. Also ich will jetzt nicht dich therapieren und sagen, wie du es machen musst. Nein, für mich ist das ein ultraspannendes Thema, weil das ist wirklich ein Dilemma, weil auf der einen Seite, wie du schon sagst, also ich finde, es braucht ein gewisses Maß an Nähe, um bestimmte Inhalte zu transportieren und gleichzeitig kriege ich ja selbst totales Gruseln, wenn ich zum Beispiel in bestimmten, also was mich zum Teil, was mich richtig zum Gruseln bringt, ist, wenn ich solche Sätze wie höre, der Fight hat gesagt. Ja. Das ist das maximale Unverständnis, das mache ich. Also, was mir gerade einfällt, also ich habe vor ein paar Wochen die interessante Erfahrung gemacht, also ich habe mir erlaubt, mich zum Thema Impfen zu positionieren und da gab es genau das, also es gab die Leute, die mir die Freundschaft, also was heißt die Freundschaft, du sagst mal die Ehe gekündigt haben, wo ich dachte, ey, wo sind wir hier gelandet, weißt du, also du kannst ja meine Meinung total durchfinden, du kannst auch sagen, ich sehe das ganz anders, aber wenn du an der Stelle sagst, boah, du hast mich total enttäuscht, dann hast du eigentlich eine Beziehung mit mir geführt, die gar nichts mehr mit mir zu tun hat. Und was mich am meisten berührt hat, das waren, ehrlich gesagt, die Leute, die gesagt haben, pass auf halt, es haben jetzt hier die Knöpfe gedrückt, ich merke auch, ich bin echt sauer, weil du die Sachen anders siehst, etc. und ich habe Bock, in der Beziehung stehen zu bleiben mit mir, weil da habe ich das Gefühl, das gibt eine Wachstumschance. da bist du eben dann nicht mehr mein Fight, aber du bist noch der Fight, weil mein Fight bist du nicht. Exakt. Du bist ja dein eigener Fight, sozusagen. Irres spannendes Thema. Ich würde gerne mit dir nochmal, nee, ehrlich gesagt, weil ich wirklich hoffe, dass unsere Beziehung über diesen Podcast, ich habe eine echte Bitte und das meine ich total aufrichtig, weil ich schätze das total, dass du diese Themen kennst, dass du da reingeschaut hast und ich erlebe dich als jemand, der wesentlich skeptischer drauf schaut als viele, viele andere Menschen. Wahrscheinlich ist das so, ja. Wenn du jemals irgendwas von mir siehst, dann ist es nicht. Das meine ich wirklich ganz im Ernst, wo du sagst, Alter, pass auf, würde ich mich total freuen, wenn du mir einfach nur Mail schreibst. Okay, vielleicht ruf ich dich auch an oder ich komme vorbei. Vielen Dank. Danke dir. Du hast Spaß gemacht. Nee, ich bin noch nicht fertig. Also du bist noch nicht fertig. Ich dachte, das war die Abmoderation. Nein, 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 nein. Ich würde gerne mit dir über die Rolle von Frauen sprechen in diesem dunklen Experiment, weil, also jetzt gerade sprechen wir ganz viel über die Rolle des Patriarchats, die Rolle der Männer und was ich da immer mal wieder so raushöre, ist, also die Männer sind die Bösen, Frauen sind unterdrückt worden. Jetzt haben wir in dieser Kolonie 50 Prozent Frauen gelebt. Was war die Rolle der Frauen da? Warum sind die nicht irgendwann aufgestanden, die haben doch alle einen an der Waffe? Also, wie du schon gesagt hast, die Frauen und Männer waren getrennt. Also es waren wirklich, also man durfte sich nur an Tagen, wo Besuch da war, man nach außen, die glückliche Gesellschaft, Mime-Muster wurden die vermischt. Es hieß bunte Reihe, an Tagen mit bunter Reihe. Ansonsten haben die getrennt voneinander gelebt. Die Frauen waren eindeutig zweite Klasse in der Kolonie. Das heißt, die Männer haben alle offiziellen Machtpositionen besetzt. Die Männer haben gut gegessen. Die Frauen haben viel schlechteres Essen bekommen. Die Frauen sind auch geschlagen worden. Und ich habe selten, also die Frauen haben untereinander Frauen geschlagen, aber ich habe nie davon gehört, dass eine Frau einen Mann geschlagen hätte. Das haben die Männer selber erledigt, aber die Männer haben natürlich die Frauen geschlagen. Also von daher war da ein eindeutiges Gefälle. Aber in den 40 Jahren der Kolonia gab es nicht einen einzigen Aufstand oder Versuch. Also es gab viele Fluchtversuche, wo Leute gesagt haben, ich muss aus dem System raus. Aber dass es innerhalb des Systems einen Versuch gegeben hätte, es von innen heraus zu ändern, nicht ein einziges Mal, hatte auch damit zu tun, dass Schäfer auch Freundschaften verhindert hat. Also es gab den Ausdruck, nicht rotten. Das heißt, in dem Moment, wo drei Leute miteinander standen, hat sofort einer gerufen, nicht rotten. Man durfte keine Gruppen bilden. Also er hat quasi eigentlich alles unterbrochen, was Verbindung hergestellt hat. Ja, was Verbindung hergestellt hat, was Selbstwert stärkt hat. Genau. Er hat letztlich jeden vereinzelt, maximal vereinzelt, weil der Einzelne leicht zu brechen ist. Schon zwei, also wenn ich schon jemandem von meinem Leid erzählen kann, dann ist es ja schon eine irrsinnig stärkende oder stabilisierende Wirkung. Das hat er total unterbunden. Aber es gab natürlich in dieser Struktur Menschen, die mehr Macht hatten. Und es gab einen kleinen Kreis von Frauen, acht Frauen, die sehr nah an Schäfer dran waren, die auch mit ihm sexuelle Verhältnisse gepflegt haben, die er nur aus taktischen Gründen geführt hat. Also er hatte an Frauen kein Interesse. Aber um diese Frauen tatsächlich maximal an sich zu binden und dieser kleine Kreis von Frauen hat die Jungs gebracht zum Missbrauch, hat die Jungs wieder abgeholt nach dem Missbrauch, hat weggewischt, was da war, sauber gemacht, was übrig geblieben. Und es sind wirklich horrende, schreckliche Sachen passiert. Und diese Frauen, ich würde jetzt sagen, die wussten, was lief. Das ist unter normalen Verhältnissen, würde man sagen, die wussten das, was die meiner Ansicht nach Kolonnos haben, die Fähigkeit entwickelt, Dinge oder zu glauben, dass sie Dinge nicht wissen, die sie wissen. Also komplett auskommen. Eine Art von Verdrängung, die so stark ist, dass sie vor allem selbst funktioniert. Ich habe das oft so in Gesprächen, also man kann die dann relativ schnell an den Punkt führen, wo die sich dann selbst widersprechen und sozusagen die Art, wie sie immer gelebt haben, nein, das wusste ich nicht, das war nicht so. Und dann führt man sie, dann ziehen die wie in sich selbst den Vorhang weg und sehen, was sie erfolgreich über Jahre hinweg nicht gesehen haben. Und das hat einfach, also es war innerhalb dieses Systems viel besser, nichts zu wissen. Also egal, was du gewusst hast, das konnte dir immer auf die Füße fallen. Wenn du nichts gesehen, nichts gehört, nichts gewusst hast, das war immer besser. Und das haben die letztlich eine Fähigkeit entwickelt, tatsächlich es nicht zu wissen oder zu glauben, ich weiß es nicht, obwohl sie das Kind hingebracht und wieder abgeholt haben. Und die haben das einfach für sich selbst weggeblendet. Aber die Hingabe dieser Frauen an Schäfer war total, also möglicherweise auf eine Art und Weise fast totaler als bei den Männern, weil bei den Männern gab es immer noch so eine Art Gerangel um Macht, also nach oben kommen in der Hierarchie. Und es gab eben diese, also das hatte ich dir, glaube ich, im Vorgespräch einmal erzählt, es gab einen Moment, wo ich mit Emma Watson in der Kolonie war, im Schlafzimmer von Paul Schäfer gestanden bin, das dann leer ausgeräumt war und eben gefragt habe, wo die Möbel und wie das ausgesehen hat, auch so ein bisschen an den Film denken, wie man das dann ausstatten wird. Und dann sagte dieser Unterstützer von uns, ja hier stand das Bett und das war so, so, so. Und dann habe ich ihn gefragt, ja was ist denn mit den Möbeln passiert? Also gibt es die noch? Kann man das ansehen? Wie hat es sich hier drin angefühlt? Und dann zögert er einen Moment und dann hat er gesagt, ja das Bett von Schäfer gibt es noch, in dem schlafen meine Eltern jetzt. Und sind auch sehr stolz drauf, in dem Bett von Paul Schäfer zu schlafen. Und das war so ein Moment, der hat mich getroffen, wie wenn du mir mit dem Hammer ins Gesicht hauen würdest. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass Eltern in dem Bett schlafen, in dem ihr eigenes Kind und viele, viele anderen Kinder über Jahre hinweg bestialisch missbraucht worden sind und dann noch sagen, ich bin stolz in diesem Bett, weil das das Bett von Paul Schäfer war. Also das, so. Und da hätte ich jetzt gesagt, da gibt es was, was ich mit dem Begriff Mutter verbinde, wo ich das nicht in Frage stelle. Ich hätte gesagt, das ist nicht möglich, weil eine Mutter, so. Und dieses Erlebnis, diese Dinge, wo du sagst, das ist hundertprozentig so, weil wir Menschen sind, weil das eine Mutter nicht anders fühlen kann, ist nicht so. Das ist ein akquirierte, das ist in einem entstandenes und auch zerstörbares Gut letztlich. Und das hat er erfolgreich zerstört. Florian, wenn du auf unsere Gesellschaft heute schaust, also die enorm gestresste, ich finde, das Bedürfnis der Leute nach plakative, einfachen Antworten ist noch extrem krass stark geworden. Machst du dir Sorgen? Ja, ich mache mir schon Sorgen. Also, was du gerade sagst, ist, glaube ich, der Punkt, das Leben ist komplex. Und das Leben ist spannend, reich und interessant, weil es komplex ist. Diese Komplexität bringt mit sich, dass es nicht leicht zu, wie soll ich sagen, entschlüsseln ist und auch nicht gänzlich, weil es ist maximal komplex. Von daher sind ganz viele Problemstellungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, ebenso komplex. Und man sieht ja, wie, also, auf komplexe Fragen gibt es leider keine einfachen Antworten. Das ist in der Systematik so. Aber dadurch, dass heute der Diskurs vor allem über Mittel geführt wird, die sich eigentlich der Komplexität entziehen, also Instagram, Twitter, Facebook ist schon so gestaltet, dass Komplexität nicht mehr möglich ist. das heißt, maximale Einfachheit an der Stelle ist der Multiplikator, den du brauchst, um überhaupt den Diskurs führen zu können. Das führt natürlich dazu, dass der Diskurs niemals zu den Antworten oder niemals zu den Erkenntnissen führen kann, die zum Problem passen. Und es ist kein Wunder, dass Donald Trumps Präsidentschaft ohne Twitter nicht möglich gewesen wäre. Und die, also man kann jetzt irgendwie hoffen, dass es eine Gegenbewegung gibt, aber wenn man sieht, wie viele Länder letztlich anheimgefallen sind, an starke Männer, also vermeintlich, also vom Bild her starke Männer, die mit furchtbar vereinfachten Antworten auf komplexe Fragen irgendwie versuchen, den Leuten was an die Hand zu geben. Also, das ist Trump, das ist Bolsonaro, das ist Orban, das ist Duterte, das ist Erdogan, das sind in Polen die Kaczynskis, das ist furchtbar. Und da habe ich natürlich Angst, dass, weil die Kommunikationssituation heute so ist, dass das in die Richtung weitergehen wird. Und derjenige, der sagt, nee, halt mal, wir müssen darüber nochmal nachdenken, weil so einfach ist es nicht. Es gibt eine Gegenseite, es gibt noch was anderes. Der wird nicht ignoriert, sondern der kommt nicht vor, weil das fällt raus. Und ich glaube, da kannst du nicht, also ich glaube nicht, dass man da drauf gut reagieren kann, weil ein Tweet, bumm, 80 Millionen Leute, haben es gelesen, das ist eine Lawine, also die geht raus und die fängst du auch nicht mehr ein. Und das ist so eine Kraft. Und in einem Zeitalter, also ich habe irgendwie gelesen, dass die sogenannten Flatness, die sagen, die Erde ist flach, gab nie mehr als heute. Wo du sagst, also vor 500 Jahren, als Leonardo dafür sein Leben ließ, hätte ich gesagt, okay, kann ich verstehen, vielleicht so, aber so, das heißt, also diese, die, die, die Zugänglichkeit von Informationen, die ja heute so groß ist, wie nie zuvor, hat nicht dazu geführt, dass die Leute besser informiert sind, sondern genau zum Gegenteil, dass die Leute sich zurückziehen und die Einfachheit suchen. Und dann bist du halt mit, die, die, die Messer sind immer gleich, die Ausländer sind scheiße, die Schwulen sind scheiße, die Frauen sind scheiße, die schwarzen sind, es ist, das ist dann ein einfaches Leben, weil dann hast du irgendwie ein, ein Peil Ding, nach dem du dich richten kannst und alle Fragen sind beantwortet. Hast du das Bedürfnis und auch die Hoffnung, dass du mit deinem Film was, ich sag mal so, eine Gegentendenz schaffen kannst? Also, worauf ich tatsächlich, also, Stolz ist immer, Stolz ist, die schönere Schwester der Dummheit, aber, also schon ein bisschen stolz bin oder mich sehr drüber gefreut habe, ist, das Kolonia, der Film hat tatsächlich faktisch was verändert. Also, Steinmeier hatte damals, als er noch Außenminister war, den Film gesehen und hat daraufhin die Haltung des Auswärtigen Amtes zu dieser Thematik, denn die Botschaft war, das haben wir jetzt vorher im Gespräch, sind wir dazu nicht gekommen, die Botschaft hat die Kolonia über Jahrzehnte hinweg geschützt und hat auch in den Verbrechen tatsächlich, die deutsche Botschaft in Chile hat da auch einen Anteil gehabt, weil die Kolonnas, die versucht haben zu fliehen und tatsächlich rausgekommen sind, die Kolonia war mit Zäunen und Stacheldraht und Selbstschussanlagen und, also, war irrsinnig, also, wirklich wie so ein Terrorstaat eingezäunt, aber es haben viele Leute versucht zu fliehen und sind auch viele über den Zaun gekommen, die hatten alle keine Pässe, weil die Pässe wurden zentral verwahrt und mussten in die Botschaft, um irgendwo hin ausreisen zu können und über viele Jahre hinweg hat die Botschaft diese Leute zurück in die Kolonia geschickt und das ist Wahnsinn, also die haben ihr Leben riskiert, um einem Unrechtssystem zu entkommen und dann erwartet man von der Botschaft nicht, dass sie die da hin zurückschicken. Und nach den späten 80er Jahren hat das Auswärtige Amt eigentlich, glaube ich, gehofft, dass es einfach in Vergessenheit gerät und man sagt jetzt nichts mehr und dann ist es irgendwann auch weg. Und da hat Steinmeier dann, als er den Film gesehen hatte, entschieden, wir machen das jetzt anders, ist proaktiv, hat selbst eine große Veranstaltung gemacht, wo der Film produziert wurde, wo er eine Rede gehalten hat danach und gesagt hat, also wortwörtlich, wir haben den Film gebraucht, um uns zu zeigen, an welcher Stelle wir Versäumnisse haben und hat dann das wirklich verändert. Dann gab es eine Abgesandtschaft vom Bundestag, die hingegangen sind. Es gibt jetzt einen Fonds für die Opfer. Also da ist faktisch wirklich sehr viel passiert. Auch da ist das Problem, dass es komplex ist. Dass man sich wünscht, wir helfen den Opfern und wir hauen die Täter in die Pfanne. Nur die meisten sind sowohl Opfer als auch Täter und da fängt es dann schon an, wie die Sache für den öffentlichen Diskurs wirklich kompliziert ist, weil der ist vergewaltigt worden über Jahre hinweg, hat dann aber selber auch Leute geschlagen und unterdrückt. Wie geht man mit solchen? Aber es ist da sehr viel passiert. Ich weiß nicht, also ich glaube, Geschichten erzählen ist eine ganz machtvolle Möglichkeit, um Leuten was nahe zu bringen, was dann auch deren Verhalten verändern kann. Das kann zum Guten wie zum Schlechten sein. Es gibt Propagandafilme, Propagandafilme, die, also wenn man aufs Dritte Reich, also kein Wunder, dass das Kino dort so eine wichtige Rolle gespielt hat, weil das ein wichtiges Element war, um die Leute mit Hoffnung oder mit Energie sozusagen zu versorgen. Also Geschichten sind was sehr Machtvolles. Insofern habe ich natürlich die Hoffnung, wenn man eine Geschichte erzählt, die einen Sinn hat und die irgendwas transportiert, dass Leute was in ihr System aufnehmen und das eine Auswirkung hat. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich verändere jetzt die Welt mit meinem Film, dafür sind die Filme zu klein und die Welt zu groß, aber es geht ja nicht nur um politische Dinge, auch einfach eine Art von Herzenswärme in die Welt zu bringen, ist ja auch nicht schlecht oder auch nur den Leuten eine Freude zu schenken und zu sagen, ja das habe ich gerne angeschaut, das geht mir jetzt besser, ist ja auch eine schöne Sache. Also ich kann von mir sagen, dass du mich berührst, also ich sage jetzt mal mit der Schattenseite der Szene, in der ich auch arbeite und ich bin mir zum Beispiel auch relativ sicher, dass viele Menschen, die das jetzt gerade sehen und sich hoffentlich auch den Film anschauen, danach nochmal wesentlich differenzierter damit umgehen, also wo bewundere ich etwas auf eine gesunde Art und Weise, lass mich inspirieren und wo es ist einfach Zeit, dass ich auch mal so mache, mich unter eine kalte Dusche stelle und meine eigenen Werte klar kommunizieren. Ich glaube, man muss eben immer wieder hinterfragen. Es reicht nicht, den Fall einmal hinterfragt zu haben und zu sagen, jetzt habe ich hinterfragt, der hat den Test bestanden, Haken dran, jetzt glaube ich ihm, sondern ich hinterfrage ihm immer wieder, weil auch durch das Hinterfragen glaube ich, also wenn du was sagst, was jemand hinterfragt, dann wird es dadurch, dass er es hinterfragt zu seinem eigenen und bevor er es hinterfragt, ist es deins. Aber wenn er es hinterfragt hat, dann ist es seins und dann ist er nicht mehr von dir abhängig, dann hat er selbst was in sich gebaut. Florian, vorletzte Frage. Okay. Was ist die Geschichte, in die du dich als nächstes verliebt hast oder verlieben wirst? Wo hast du die nächste Fäße aufgenommen? Verlieben wirst, das weiß ich noch nicht, das weiß man ja noch nicht vorher, aber es gibt eine Geschichte, das kann man auch sagen, das ist auch der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Also ich habe, es gibt ein Buch, das heißt Zen in der Kunst des Bogenschießens von Eugen Herrigel, ein deutscher Philosophie-Professor, der in den 20er Jahren in Japan gelehrt hat und der in dieser Zeit einen als Schüler von einem damals sehr, sehr bekannten Bogenschießmeister, bei dem einige Zeit gelernt hat und über diese Erfahrung, dieses Bogenschießkurses hat er ein Buch geschrieben, das eben Zen in der Kunst des Bogenschießens heißt. Ein ziemlicher Klassiker der Zen-Literatur und ich habe dieses Buch vor 20, 25 Jahren sowas von meiner Therapeutin in München, die leider nicht mehr lebt, damals empfohlen bekommen. Mich hat das Buch unglaublich angesprochen. Es hat mir so, und also auf einen Satz zusammengefasst ist, der Kern ist letztlich, es schießt. Also dahin kommen lassen, dass nicht ich schieße, nicht ich ziele, nicht eine Zielschule, sondern es schießt und ich, also ich jetzt nicht ich persönlich, sondern der Schütze, Teil des großen Prozesses, des großen Ablaufes wird, in dem dieser Schuss fällt. und das hat mich unglaublich angesprochen. Vielleicht auch, weil ich selber jemand bin, der immer sehr versucht, die Zügel auch und so, zu sagen, nee, es gibt einen Ablauf, der ist jenseits von dir und wenn du in den Ablauf reinfällst, dann passieren die Dinge, ohne dass du sie machst. Das ist ja fantastisch. Also das hat mich sehr angesprochen. Und vor zwei, drei Jahren haben wir die Rechte an diesem Buch gekauft, um daraus einen Film zu machen, was erstmal ein bisschen schwierig ist, weil der Film gar keine, also das Buch hat keine echte Story. Also das ist jetzt erstmal nur eine relativ theoretische Auseinandersetzung mit der Zen-buddhistischen Seite des Bogenschießens und so. Aber ich habe gedacht, das ist eine Sache, die mich sehr berührt hat und die mich mein ganzes Leben auch sehr begleitet hat. Und wenn das auf mich so eine Wirkung hat, dann muss es auch eine Geschichte geben, die man erzählen kann irgendwie. Und da bin ich jetzt gerade im Schreiben und es gibt eben eine Hauptfigur, jemand, der auf eine Art und Weise an der Position ist, wo man ja sagen könnte, ähnlich wie bei dir. Und deswegen hatte ich dir geschrieben und dann gesagt, können wir uns mal zusammensetzen und einfach miteinander sprechen, weil mir das vielleicht für meine Geschichte helfen würde. So sind wir zusammengekommen und ich werde Ende des Jahres jetzt nach Japan fahren und dort recherchieren und so. Und ich hoffe, dass ich das im Drehbuch soweit eingefangen bekomme, dass wir dann entweder spät im Jahr 2022 diesen Film drehen werden, zum größten Teil in Japan, wo jemand, der letztlich eine Art, ich sage es mal, Welt- oder Lebenserklärer ist, der in eine Krise kommt, die auch mit seinem Status zu tun hat, vom Leben geführt, würdest du sagen, oder vom Zufall geleitet, wie auch immer, letztlich in einem Dojo, also in einem Bogenschieß-Achram sozusagen landet, auf einen Bogenschieß-Meister trifft, der im ganzen Film nur ein einziges Wort sagt, der nämlich nicht spricht und gegen alle seine inneren Widerstände und vieles von dem, was er, der sehr ich-bezogen ist in seiner Sicht und der genau mit dem Gegenteil konfrontiert wird, aber, also ich kann jetzt nicht den ganzen Film erzählen, aber der natürlich auch wiederum dem Meister auch was reicht, also dass es eben nicht nur die Ich-Mach-Was-Du-Mir-Sagst, sondern dass es an der Stelle schon einen Austausch gibt, so. Das ist der Wunsch und das ist eine Geschichte, die liegt mir schon sehr nah am Herzen, ja. Ja, die kriegt mich auch so. Es schießt. Ja, genau. Es schießt, es spricht und wer ist Florian? Ach Gott, jetzt kommst du wieder. Ich weiß, dass du das nicht sagen kannst, aber, also was macht dich aus der Lebenige-Prozess, Florian? Da muss ich mir kurz überlegen, was ich da drauf, was ich da drauf sagen kann. Naja, das Wort, das mir eingefallen ist, jetzt ist tatsächlich das Wort unermüdlich. Das ist mir jetzt eingefallen, ja. Also, das Leben ist kein Wunschkonzert, war es bei mir auch nicht, aber ich, ich hatte, oder wie soll ich schon sagen, ich habe das große Glück gehabt, die richtigen Begegnungen im Leben zu machen, an den richtigen Momenten. Und das ist jetzt schwer zu sagen, gehen für jeden die Türen auf im richtigen Moment, nur man übersieht die Tür oder man geht nur bis zur Tür, schaut rein und traut sich nicht durchzugehen. Oder, ja, aber ich, ich habe, ich habe die Möglichkeiten bekommen, die für mich die richtigen waren und auf eine gewisse, unermüdliche Art und Weise wurschtle ich weiter. und, ich habe überhaupt nicht das, also ich meine, ich werde nächstes Jahr 50, was eine schockierende, schockierende Perspektive ist, aber, danke, danke. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, angekommen zu sein, im Sinne, dass es fertig ist. ich habe aber auch überhaupt nicht den Eindruck, im Nichts zu hängen, sondern ich habe den Eindruck, dass das, dass das durch mich durchläuft und dass das durch ein Durchlaufen auch eine gute Sache ist. ich danke dir, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Vielen Dank. Das war echt, also hat irre Spaß gemacht, glaube ich, hat man, also bei mir auf jeden Fall gemerkt. und ich danke euch fürs Zuschauen und, also ich möchte wirklich von Herzen einladen, weil, weil das gerade bei mir auch so nachklingt, in dieser verrückten Zeit, also immer wieder zwischen einer gesunden Inspiration von irgendjemandem und irgendeiner Quelle und einer falschen Form von Bewunderung zu unterscheiden. Ciao. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Alles Menschen mit Veit Lindau. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du jetzt den Podcast abonnieren, um keine weiteren inspirierenden und tiefen Gespräche zu verpassen. Wir freuen uns auf dich und danken dir, dass du das hörst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.